Frank, du bist ja da auf deinem Hausberg. Ja. Ja, so klein. Wie hat es bis jetzt angefangen, das Weekend? Sehr schön. Zum Nebelhaus. Was machen wir als nächstes? In der weissen Steinhose. Und was haben wir da für eine schöne Aussicht? Ganz schöne. Da hat es das Nebelmeer. Berge, Alpen? Ja. Hat es auch? Ja. Und Ballon? Ballon haben wir zwei gesehen. Das ist eine neue Bauchmaschine. Wie ist das? Das ist eine große Bauchmaschine. Im Amgen, der wir wiederkernieren? Durch eine kleine Bauchmaschine. Im Amgen, der wir wiederkernieren können. Im Amgen, der wir plötzlich wiederkernieren. Im Amgen liegt dr oftentimes. Im Amgen Sie im Amgen. Nach acht Stunden anstrengender Stutzaufwanderung sind wir hier in Engel-Weissenstein angekommen. Also ich bin eher an die Grenze davon. Und jetzt, was machst du jetzt? Was läuft das Nächste jetzt? Das Nächste gehe ich schauen, wo der Eingang ist vom Niedlenhoch. Trotz allem, was ich mir schon seit Jahrzehnte in dieser Gegend umtreiben, bin ich noch nie am Eingang gesehen vom Niedlenhoch. Wie können wir das jetzt noch machen? Das machen wir jetzt. Wow, ist das cool. Und das ist eine Höhle. Und wie lange wir denn jetzt noch laufen? Aber nicht in die Höhle selber. Das ist eine Klettertortour mit Siphon-Einstellung. Vielleicht ist das voller Wasser, das weiss man nicht genau. Das wollen wir uns nicht anbauen. Aber ich glaube 10 Minuten, die vierte Stunde verloren, sollten wir das anbauen. Wir haben eben gerecht. Was machst du jetzt hier? Ich mache eine Kudung mit Guy, um zu brennen. Nomi, du bist im Reich. Du kannst noch einmal auf den Text einschwingen. Was singen wir dann? Om Triambakamya Jamae Sugandim Pushti Vardanam Urvarukhamibabandanan Nomi, Dior, Mucchi, Om Amrita, Swaha. Jetzt musst du das noch einmal erklären. Damit die Leute wissen, was du hier machst. Doch. Da muss man sich schlau machen. Das kann ich nicht einfach schnell erklären. Aha, schlau machen. Also, wenn Sie sich irgendwie schlau machen, was muss man denn suchen? Das Beste, einfach Agnihotra. Und unter Heiligenberg in Deutschland. Homa Hof. Das ist alles, was man braucht. Alle Erklärungen. Und das Buch natürlich lesen. Welches Buch? Agnihotra, das hier. Zeig mal. Das sind allesz Mal. Oh yeah! Das gibt's auch Ph tiretes. Oh yeah, O tryammakamya Jamachah mond miceaları damit! Melancholische Musikschule und Besольarian Engagement! Und wo wir nach der Jetzt passen. Eramentos und Bes Revelationens sprachen. So, also, da haben wir zwei Gehäuse gemacht, und da ist der Eingang und Ausgang. Da ist die Treppe, da kann man da hoch, da ist eine Terrasse, da haben wir das ganze Quill gemacht. Und da kann man so hochlaufen und dann hat es da schon eine Terrasse. Und dann machen wir hier etwas schöner, so halb das muss halt schon etwas... Es ist nicht ganz fertig, weil das Werkchen noch gerne selber fertig macht. Und die Möbel können sie dann auch selber reinmachen, Beton und solche Sachen halt. Och gut, wasser jetzt macht immer schön. Oh, cool, cool! Hills! ちょっと seus McInnen boîte mit dem Tor, eins auch es Frank, erzählst du, was jetzt passiert ist? Was machst du da hinten? Nein, ich bin sprachlos. Sag jetzt. Was meinst du, du willst nichts erzählen? Also jetzt erzählst du dir zusammen etwas. Wir sind jetzt in der Gondel. Und wir gehen mit dem Abendfall mit dem Adi in den Schluck. Und den Sterben unter dem Hut. Ganz genau. Und sie haben wieder die. Und wir gehen mit dem Abi. Und wir gehen mit dem Abi. Mäli, die mit dem Abi. Und wir gehen mit dem Abi. Vielen Dank.